Epik-Jump-Map Hellgrüne Ich hasse Eissprünge Lass mich verraschen Ich will die Wallabbahn und du lass mir da rein Okay, warte mal Alter, wieso kann man diese scheisse Eissprünge nicht in einem Durchlauf machen? Also kann man nur, da muss man extrem spät abspringen So viel besser als zu dritt aufnehmen, oder? Ja, schon Vielleicht ist der Lennier in anderen Maps dabei Vielleicht doch immer wer weiß Ja, vielleicht doch nie mehr Das geht natürlich auch Hier steht man da keine rote Wallabbahn, aber hier ist rosa Wolle Und dahinter, wie kommt die nur dahin? Wir müssen auf mich warten Hat man irgendwie einen Button bekommen? Ich will warten Ich mach's einfach kaputt Was hab ich getan? Du hast gestorben Oh mein Gott Ich, das ist lieber Lea, wie wär's wenn du mal auf den Wartest? Ich hab da keine Sachen aus der Troll genommen Lea, gibt irgendeinen Serverfehler, dass man die Zeit durchgehend auf Tag haben kann Äh, nö Did you know that this is a Bulgarian flag? Ja, wusstesch Ja, und jetzt wirst du fällen Fikisch Alter, du bist doch fast runtergeflogen Äh, nö Aaaaa Ach komm Dann ist einfach so k ihr war es so wie auch ich durch Prozent Prozent aber eine Truhe was war da drin der gemacht die Erwachsener wird ja klar das war schon so dass er sich Leon was denn man muss dort vorbei er ist eine Wolle kaputt machen das darf man nicht also da war ein paar Rüstungen in Goldenhaar nicht zum Beispiel erinnert und da war ein Button und ich weiß schon wo man den Button anbringen muss denn hier war so um ach da da steht ja keine rote Wolle abbahn aber hier ist so eine Wolle an der Seite was willst du Junge er solltet ich auch noch zwei Leben wirklich so schnell ist nicht einfach was passiert wenn man das jetzt drückt aber Versuri Reward ich glaube wir gehen einfach mal weiter weil hier hier ist ja irgendwie so eine Version irgendwas und ja ich hab keine Ahnung hier ist eine versteckte Truhe mit Feuerzeug, TNT und Diamanten das ist ja geil wo, das mach ich hier machen Hell yeah, the map got unupdated with new stuff After visiting Mario and trying to become awesome you are on the way to this chest used to be a secret mit er hat unter uns ist Lava und ich unterschießen dann schießt Lenny und das war ja ok und mein Gott der brennt hä? 0? ich hab dich nicht runtergeschlagen aber wieso brennt ich? man kann sich nicht runter schießen kann man in der Lava sterben nein wer kommt denn auf Sommer ey! Fick dich! ey! du hast gebrannt ey! du hast gebrannt nein nein Fick dich! der lebt noch wieder fine fine here you go meine Sachen wieder ey ich glaub da sollte man nicht hin geh mal da weg drop wop 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 geil ne so weiter gehts ok nein epic hahaha fast tot ne ja ich glaub ich hab noch ein halbes Leben lass ihn doch lass ihn doch noch ein halbes Leben dann oh mein Gott ey ist ja gestorben oh cool cool ne epic es ist wirklich ok wer geht warte 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 warten wir auf Lenny wer geht wo lang kann die mir die Sachen wieder geben ich hab keine Sachen ich hab auch nicht wow bitte deputieren Wator wofür ok jawohl ok ich hab noch ok ist gut jetzt kommt man Link oder rechts jetzt ihr seid nicht mach's doch zu, da kann er nicht mehr da ran oh mein Gott, als ob ok ja gut wer geht hier wo lang? Danny geht rechts lang ich gehe links lang oh mein Gott Danny ist mir rechts alter ist mich verarschen nein ich seh nicht jetzt, gib mir die Diamantssachen wieder ich hab keine Diamantssachen ich hab von nichts, du hast schon ja, aber ihr sollt das mir wieder ergeben Danny bist du in Wend Up in Flames gekommen du bist in Flames Wend Up gewandet gedingenst ich weiß wenn ich in Blatt gesprungen bin genau in dem Moment, ab dem ich teleportiert NO! solche Sprünge hast du nicht sollten wir nicht erstmal nach irgendwie tun oder so suchen was ist das? das kann ich gar nicht wer ist noch sie können hier hier wobei es ist ich bin in der Hand ist in der Pro die Klinik war aus und darüber zu was auch immer das ist krass er was soll man jetzt auf den Pilz ach so weiter Ich komm da einfach nicht hin. Da war ne Decke bei mir. Ja, du bist halt scheiße. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. NEIN! Verdammt. Noob, Versager. Wer hat denn alles als erstes geschafft? Bis jetzt. Bis auf das allererste, weil ich da noch Schilder gelesen hab. Ja klar. So kannst du ein Schild auslassen. By the way, did you find the secret chest in the water? Hey, wo soll man denn jetzt hier hin? Hey, in the water? Wie war ich doch? Dann da da. Secret chest in the water. Hier ist aber nichts. Es gibt mehrere Worte aus, glaube ich. Ach, da in the water. Lenny, du musst andere Seite. Ey, mach, nein, mach's wieder zu. Checkpoint. Mach's wieder zu, der ist falsch. Du musst hier drüben lang, Lenny, andersrum hinten, da ist die Leiter. Ach, du dahin soll man? Ja, dahin. Ja, ich wollte nur ein Checkpoint machen. Oh, toll. Da ist keiner. Kannst du mich jetzt hier deporten? Ich hätte den Checkpoint machen. Nee, noch mal raus und vorne. Der ist ein Checkpoint. Da ist keiner. Wir haben nochmal geguckt. Wir haben nochmal geguckt. Yeah, you made it. Nein. Neon. Es gibt hier drüben. Ne. Lenny, mach einfach die Challenge. Das ist doch nicht schwer. Ich hatte sie ja schon. Für die vielleicht mal warten. Ich hab' den Checkpoint drüben noch weiter auf den anderen Pilz. Ich sollte den Checkpoint ja nicht machen. Ja, du hattest das Checkpoint nicht. Alter, das mach' dir da. Doch. Doch. Ja, ich versuch' hier in den Chest dran zu kommen. Hier ist einer, aber da kommt man nicht dran. Ey, nein. Was denn? Letzter Sprung. Ich darf den Checkpoint aufmachen. Muhaha. Ey, was sollen das? Könnt ihr's mal lassen. Den hatte ich schon. Nein, den musst du von hinten aufmachen. Okay, ich warte bis ihr alle durch seid. Weil hier hinten ist die richtige... Lenny, hör mal auf den Staunen zu schauen. Ja, wo soll man denn da lang jetzt? Du sollst da oben und dann hinten auf den zwei Hohen Erdhügel springen. Hä? Wo? Ey, nein, nicht schon wieder. Ich warte hier bis ihr fertig seid. Weil hier ist der Checkpoint blockiert ja die erste Challenge. Wo ist denn die Truhe? Die Truhe? Keine Ahnung. Ja, das ist doch vollkommener Schwachsinn. Nicht aufmachen. Ja, vollkommener Schwachsinn. Lenny, du hast gecheatet, man, oder? Nein, ich bin einfach... diesen Erdhügel da hochgegangen. Den ihr gebaut habt. Ja, und da darf man eigentlich nicht hoch. No, Lenny, lass es doch. Mach mal auf. Ja, geschafft. Hä? Du musst, lass mal Lenny. Du musst, jetzt dein auf den großen Erdhügel springen. Eigentlich ist, eigentlich kann man... Hör mal auf. Was habt ihr da gemacht? Der Lenny hat das gemacht. Alter. Alter. Chest. Hä, wie soll man da hinkommen? Oh, Mano! Hä, wie soll man da hinkommen? 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 Nein, nein! Da war eine Gasträger drin. Ja, wie hat es geschafft? Einfach hinkommen. Ja und eigentlich soll man das sein, wenn ich machen weiste. Ja, das war ja auch egal. Ja, es war ja auch egal. ich hatte diesen Checkpoint ja auch schon angemacht. Nein, du musst ihn ja richtig anmachen. Lol. Hey, wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. What? Alter. Das ist richtig hardcore. Nein! Warum schlägst du mich, wenn du runter... Du darfst da nicht hoch! Guck mal, ich hatte so viel, ich hatte 10 Feuerzeuge und irgendwie... Alter! Okay, lass ich. Hab' geschafft, also was war das 10 Feuerzeuge? Natürlich ärgerlich. Und irgendein Preis sich TRT bei dieser einversteckten Truhe. Jawohl. Das war wahrscheinlich der Special Reward. Jetzt zu kacken, äh, ab, äh, also und so. Alter, das gibt's nicht, ich komm' da einfach nicht hoch. Hab' schon geschafft. Voll! Wieso, man ist das? Das ist richtig schwierig. Ja, das ist richtig schwierig. Ach du Scheiß, wie ihr die rumdollt, ich mach' grad mal meine Tür richtig zu. Aaaaah! Ey, lass die Tür auf! Oh, die Maus, ich hab' ich, die ist geil! Muhaaa! Dann kann ich es mal lassen. Ich hab' ne neue Maus! Die liegt so richtig geil in der Hand. Hä? Nein, 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 nein. Wir müssen nicht verarschen! Ey, die Person, kack, Bobo! Ja, ihr schießt mich die ganze Zeit runter. Ey, nein, ne? Was machst du da? Knochenangriff. Was macht Lenny da? Keine Ahnung. Er steht da einfach nur rum. Na, ein voller Skiller. Alter, das gibt's nicht, Leute. Nein, Knochenangriff. Lenny, was machst du? Er will sich umbringen. Suizid. Der gibt es richtig viele, wahrscheinlich richtig viele... Alter, du bist so behindert, der steht schon wieder da. Der ist creative-modus. Wirklich? Ja. Ich mach ihn raus. Ich darf jetzt wieder da runtergefallen, bin ich aber schon durch. Jaja, hab ich gesehen. Lenny, ich... Nein, das kann nicht wahr sein. Nicht cheaten. Ich cheat'e mich. Och, Junge, ey, so macht's doch keinen Spaß, mach das mal richtig. So, total kacke, so. Wenn ihr mich die ganze Zeit unterschlagt... Mach nur gar nicht. Nein, juhu, juhu, juhu. Wer haben wir das gemacht? Wer haben wir das gemacht? Na? So geht's auch. Mach das einfach mal richtig, Lenny. Höh? Oh, ich hasse das Wasser, das läuft aus. Ja! Oh mein Gott, das war so schwer. Hey. Du musst nur so richtig spät abspringen. Du kannst überspringen, aber das musst du sagen. Das ist so schwierig. Ich mach die Map jetzt so rückwärts, ganz klar. Manchmal, wenn man nicht richtig springt kann. Und in Shift-Mod. Was ist in Shift-Mod? Nein! Wasser. Leon, guck mal bei Skyp-Mod nach. Ach, ne, das nimmt... Ach, du hast ja ja... Ja. Geh nach einer rein, komm schon. Geh. Lass es. Ich lasse... Ich halte ihn nur davon ab. Oh mein Gott. Du hast nichts gemacht. Du hättest nichts machen müssen, Ferdi. Hab ich auch nicht. Alter, du hast Verbrennung. Nein, ich dachte schon. Das ist beide Bad Cow. Das ist beide Maschenbad Cow. Aber ich hab einen Helm. Scheiße. Ich auch. Headshot, Junge. Headshot. Bitte töten mich nicht. Headschlag. So, bitte. Leon, komm mal hierher. Headspalt. Leon, komm mal hierher. Ja, ich komm. Oh mein Gott. Verstecken. Du bist so was von unfähig. Komm, ja, einfach nicht durchs Wasser. Jetzt. Jetzt sehen wir da nur deinen Namen. Danny? Danny, hast du in Chat geschrieben, gesehen? Chat Danny gefragt. Hast du das gesehen? Ja, okay. Wieso sollte er nicht... Alter, ich... keine Ahnung. Dieses Wasserfuckzeug ist. Weil es steht, das doch manchmal schon ein bisschen verpackt bei Minecraft. Okay, wir haben unsere Games. Nein! Na, aber letztlich. Wieso... Ne, und bei den hunger Games war das so immer so, dass man die halben Chat noch nicht nicht gesehen hast, also du zumindest. Ja, das war geil. Oh, mein Gott. Also, dachte ich schon, dass es so eine Abfucke gewesen wäre. ich will sechs feier hast du was auch kaputt gemacht was wieder hin nun diese komischen ich habe nicht vieles Texte wie viele Prozent zwei 3 Kannst du jetzt mal wieder das Survival-Mod gehen? Ja, habe ich Stark Was ist denn du nervst? Du hast doch schon wieder was kaputt gemacht, das habe ich wieder repariert Ja, geschafft Jawohl, Danny, mit Cheaten und so und der Spaß Ähm, well, it might... Alter Hey, warte, man steckt eine Truhe Jawohl Alter, fickt euch Wer war das? Wer war das? Wer war das? Besseres Sniper als du? Alter, wir haben uns beide nicht getroffen Na, fickt mich Alter Oh mein Gott, das kann so lange dauern Weil wir uns nochmal runterschlagen Der fickt euch wer Wer, wenn ich jetzt auf dem ersten Block bin, wenn du mich jetzt runterschlägt Ok Ok, ich hab's so Nein Ja klar Ich bin da klar Mal kann die hoch, mal kann die hoch, die hoch ist der versteckte Truhe glaub ich Ja, hier ist die versteckte Truhe, glaub ich Ich mag das im Ding, der aber äh, äh, Game-Vord, weil... Ja genau, fern überspringt auch gleich Na klar, ich bin drüber gesprungen, du Humo ja auf jeden Fall ist halt so ja ich hab nun gebeten muss was mich nicht unterschrückt die Hörst ich bin so lange morgen morgen auch ich habe auch hier noch versteckt und jetzt wasser um schon an den Leuten ja da war ich schon da war eine Gap ach so gut da muss ich nicht mehr schreibt für ein paar jetzt sind wir unten weichwann hier in der Umgebung hier kein Trollen okay ich möchte ich verbrennen wird sie nicht n das ist schön gut zu wissen Checkpoint Murat und dann ist er und ob die jetzt dürfen wir aber schlagen für die oder eck wieso ist die Spaß er und an NL in seiner Karte mal lassen Mein Gott, Lenny. Alter! Jetzt einfach mal lass. Nein! Ey, Leon, du darfst vom Ziel nicht machen, das ist unfair. Du kannst ja die ganze Zeit da weghalten. Jetzt fahrt mal auf mit euren scheiß Diamantschwertern. Lenny, ich hab dich nicht extra runtergeschlagen. Ich wollt eigentlich... Nein! Alter! Ich hab... Könnt ihr... Ich bin gleich tot, ihr Wichser! Leute! Nichts gemacht! Ich werde vielleicht von euren Dätern reißen. Ey, du bist echt... Wenn jetzt... Ihr seid solche Hurensöhne. Was hab ich denn gemacht? Leon hat dir 99% des Schadens gemacht, ne?